Die Bürger haben die Bürgerschaft getragen, das heißt die Torker, die Ausseherinnen, das Ebsen, die Säden, das Andere, die Zeit ist vor der Sonntagsbank, hat sich unterschiedlich entwickelt, ist weiterentwickelt worden bis zu unseren Steirer-Kinni-Verheilung. Da haben wir jetzt die Damen mit der Volk, mit Seitengedenken, mit dem Sprechen versprochen und zwar ist das die Linzergoltraue, das sage ich dazu, denn das ist zweifels ohne die eleganteste Volk.